Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich eine Batterie für euch, nämlich die Ice Wings von Blackbox in sehr coolem Design. Das gute Stück hat Goldpalmen mit eiskalten weißen Blinkern. Ich würde sagen, wir packen sie mal aus. So, Ice Wings is watching you. Das gute Stück hat nebenbei auch 132 Gramm NEM und ein Kaliber von 25 Millimetern und das Ganze soll 20 Sekunden brennen. Ich freue mich schon. Ich hoffe ihr euch auch und ansonsten sehen wir uns gleich bei der Zündung wieder. Wir kommen zur Zündung der Ice Wings von Blackbox. Viel Spaß! Und das war die Blackbox Ice Wings mit ihren gigantischen Goldpalmen und den schneeweißen Blinksternen, die mich wirklich sehr überzeugen konnte. Die Ausbreitung am Himmel war phänomenal. Die Zelliger haben wirklich einen atemberaubenden Anblick an den Himmel gezaubert. Wobei man sagen muss, dass diese allerdings auch nicht allzu hoch gestiegen sind, aber trotzdem ein wirklich toller Effekt. Das einzige, was ich zu bemängeln hätte, wären die Blinksterne, die gerne noch etwas dominanter sein könnten, also noch etwas länger stehen könnten. Aber ansonsten hat mich der Effekt wirklich sehr überzeugt und ich kann euch die Batterie insgesamt für ungefähr 0 Euro dennoch wirklich empfehlen. Was haltet ihr aber von der Batterie? Lasst es mich natürlich wie immer sehr gerne wissen und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!